Drücke A, um als Rentner zu spielen. Gleich mal die Musik wegmachen hier. Größe Vorteile, dreifache IP Event. Es ist wieder soweit. Verschaffe deiner Sammlung in allen Spielmodi dreifache IP. So, mein schnelles Spiel. Warte mal, wir haben eine Sammlung noch. Warte mal, was haben wir in der Sammlung? Angriff? Angriff. Ah, Karten ausrüsten, freischalten. Aussehen? Ah ne, Aussehen. Erste Ordnung, Galaktische Republik. Haben wir doch The Ranger Platoon. Hab ich doch. Was will er denn von mir? I don't know. Oder Elite Corp. Du, 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 du. Ja, Hammer. So, Karten ausrüsten, freischalten. Boostkarten? Hab ich das? Ja, egal, oder? Alright. Sammlung, da schwer. Oder Aussehen? Äh, Galaktische Republik. Angriffsbataillon. Die sehen alle so hässlich aus. Ich weiß nicht mehr. Dann haben wir auch eine Ranger Platoon. So. Dann hätten wir noch Officer. Der Officer haben wir auch noch Aussehen. Der Official hier. Dann haben wir auch noch Sterlingkorb. Oh, welcher Korb sieht auch nicht gleich aus. Wieso, äh, immer noch nicht, oder? Ah, jetzt aber. Äh. Habe ich da nochmal eins? Und Specialist auch noch. Äh. Dann haben wir sie auch. Damit es jetzt hier alle lang rummehr. Ja, bitte. Ranger Platoon. Jo. Hab ich da. Aufklärungskorb. Also hässlich, ja. Standardaussehen. Jo. So, dann hätten wir das auch mal gemacht. Äh. Wollen wir mal spielen. Äh. Wollen wir mal spielen. Wo ich meine Kampagne, ja. Gehen wir durch die Kampagne, ja. Kampagne, ja. Jep. Hauptstory. Kampagne. Kampagne. Fortsetzen. Generelle Bedrängnis. Mission complete started. Äh. Fähigkeiten Detail. Wollen wir mal gucken hier. Desil. Läffertes. Deto. Detonit Ladung. Und dort kann der für einige Sekunden schneller abfeuern. Und Schulterangriff ist rechts. Alright. Äh. Wirft eine Haftgranate, die bei Bedarf gezündet werden kann. Alright. Wirft eine Zeit. Mission start. Du kannst eine Belohnung auf der Karriereseite einsehen. Danke. Takodana. Ja. Generelle Bedrängnis. Der erste Datenwürfel ist bei einem Generator vor uns. Ich glaube ich jedenfalls. Konnten Sie die Infos wirklich nicht mitbringen? Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ah das Ziel. Ich habe die Infos nicht dabei, weil die Kantina von der... Naja Schurken ist. Schnappen wir uns die Daten und dann ab zum Falken. Ja. Ab zum Folgen, ja. Sturmtruppen. Leise. Wir müssen sie ausschalten. Nein nein. Sie müssen das. Mein Blaster ist nur Scho. Ich kann gar nicht schießen. Ha. My головen. the ... Was? Die Infos wirklich nicht mitbringen? Komm, die von den hinten, ne, weil da verstehe ich. Schnappen wir uns die Daten und dann ab zum Falten. Sturmtropfen. Leise, wir müssen sie ausschalten. Nein, nein, Sie müssen das. Mein Blaster ist nur Show. Ich kann gar nicht schießen. Ha, na toll. Lass sie auf! Halt die Schnauze, ja, oh Mann. Oh, halt die Schnauze, oh Mann. Toll, das bringt mir jetzt aber herzlich wenig, ja, du horchst. Ja, danke für das Gespräch, ja, du stieg mein Rucksack, ja. Ach, das bist du. Oh. Oh. Wo ist der Datenwürfel? Die Infos für die Republik finden, oh. Ich sag bloß, ich hab die jetzt alle abgemolkst. Ja, ich bin ja das Beste, ja. Ah, die Zuhren. Ah, die Zuhren. Hä, what für a fight here. Hier ist nichts. Ja, toll. Hat er nichts hier. Woher müssen wir denn das Ding hier finden? Da ist nochmal eins. Johann. Auch nichts. Nein, nichts. Was ist denn du? Mal, er, der, der labert hier eine Scheiße. Da gibt mir schon auf den Kekse. Vielleicht der Ohr. Ah, da ist noch einer. Ah. 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 Die Infos auf diesen Datenwürfel werden ihren Freunden in der Republik helfen. Ah, ja. What? Wo? Oh. Wünscht mir Glück. Nein, nein. 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 Scheiße! Oh, lecklicherweise! Oh, ja, Scheiße! Scheiße, ja! Du hast... Werfen Sie, Donato! Oh, ja, wirf du nur, du dumme Kuh, her! Werben kann ich auch! Oh, da steht einer! Sie sind jetzt nicht weit! Ich bin in die Stellung! Scheiße! Rückzug! Ja, Rückzug, zieh dich mal zurück, du! Weckung! Ja, hallo! Steht vor mir und trifft den Lädter Sack! Nicht nachlassen! Wo sind sie? Ich sehe sie nicht, ich höre sie nur! Ich will doch hier irgendwo sein! Oh! Wo ist die Kaschik-Information? In der Nähe eines hübschen Schreins hier im Wald! Vorwärts! Ja, wonderful! Den hübschen Schrein erreichen! Dann schreien wir mal, oder? Das müssen gut sein, wenn sie so viele Truppler auf sie hetzen! Dem Imperium geht schlechter als alle denken! Und es hat Angst, dass die Republik es erfährt! Die Flörte verbraucht auf der Flucht vor ihren Angriffen mehr Treibstoff, als sie nachliefern kann! Einer von 148 imperialen Offizieren ergibt sich in Villasin! Wir haben 3,5% bittende Sternenjäger! Schön und gut, aber was ist mit Kaschik? Sind sie sicher, dass ihre Infos den Wuchtis helfen? So verlierst du noch einen Arm! Sie bringen sie auf den Planeten! Was hat die Republik denn vor? Nicht viel, aber ich und Chewie schließen die Arbeitslager auch allein, wenn's sein muss! Ah ja! Wo sind sie zu wahren? Sie werden besorgt! Ich trip den Sack, der da! Ja! Halt die Fresse nach hinten hier! Der nervt mich hier! Schieß! Hä? Mann, halt! Echt, am liebsten würd ich den erschießen, echt! Ich hör! Oh, nervt du den hier! Ja, das war frech was dafür! Kein Käselaubes hier! Ich bleibe hier drüben! In Sicherheit! Jo! Der Aufwand ist zu groß, um einen einzigen Mann zu schnappen! What? Nicht schon wieder! What the hell? Da rennt einer rum! Da ist einer! Oh, das sind aber einige! Das gab's schon! Hoffentlich! Ja! Gut gemacht, mein neuer Freund! Rück hervor! Ohohohooh! Mein neuer Hund! Hä? Der Mann! Einmal zum Feuer! Ooyoyoyoyoyoy! Ohohoh! Ich glaube, ich kenne dich, der Offizier! Der Mann! Danke, danke, sehr aufmerksam. Boah, scheiße, ich zuhör. Halt die Schnauze. Holy moly, ich kann ihn mehr, wie viel sind denn da noch hier? Ja, er bleibt nur in der Gau. Da steht er da drin. Das müsste Ihre Aufmerksamkeit erregen. Das war natürlich schlecht, ne? Ich hab... Ich sieh sie nicht. Wo ist er? Ich hab sie gefunden. Wo? Ich glaub, nur noch einer. Haben Sie Kontakt? Wo? Wo ist er denn? Mann, halt die Fresse. Wenn ich wüsste, wo der steckt. Alles klar für Zündung. Also, wo hab ich denn nur diese... Äh, wir alles fragen ja. Ja, wir finden alles an. Äh. Didi-de-de-de-de-de-de-de-de-de. Oh no, ja, wo geh ich hin? Oh, ja, Millennium-Falken. Kult, Kult-Raum-Schiffle hier. Sollten wir nicht zum Schiff gehen? Sollten wir nicht... Sollten wir nicht zum Schiff gehen? Ja, ja, erstens mal hinkommen, die Sack. Ich möchte jetzt... Nicht anfassen! Was? Was? Was, Feige? Herr... Das ist ein Deppier. Was? Der Dreck ist öffn! Du wünschst mir Glück! Ich seh' dich! Jesus. Äh... Im Moment läuft er doch ganz gut, ne? noch. Ja, ich habe ihn hier. Nein, Lulu! Nein! Pfff, pfff, pfff. Ach. Das macht mir doch so wackelt. Ja, kackt die Wand dann her. Gefunden! Da kommt Verstärkung. Runter! Geh runter! So verlierst du noch einen Arm. Zeig dir los! Ein bisschen zu früh, ein bisserl zu früh gezündet. Und jetzt zu diesen berühmten Pfeifen. Sie kennen doch den Pfeifen. Ja, im Durchschnitt kennen 2,2 von 300 Imperial Truppen den rasenden, äh, Millennium Pfeifen. Oh, I know this. P2 probiere ich jetzt so auszuschalten. Improvisierte Spreng-Sätze. Improvisierte Spreng-Sätze. Gell? Han? 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 Was? Er ist ja schießen jetzt. Wo ist er? Ich schießen jetzt. Schießen mit. Nicht schießen! Oh, schneller Husten. Ich glaube, ich muss mal die Optik putzen. Bei dem brauch ich die Optik putzen. Knallen ab ja. So ein Nervenbündel... Nervenes Teil ja. Alles klar für Zündung. Why? Ja, im Vielschnitt können 2,2 von 300 Imperialen Truppen den rasenden, äh, Millenium feiern. Juh. So verlierst du noch einen Arm! Sollten wir nicht zum Schiff sehen? Kommen sie. Na, jetzt haben wir sie rankommen und dann zünden sie mal her. Na, kommt nur, kommt nur, kommt nur! Oh! Oh! Oh, oh! Oh, oh! Schieße, ich schieße! Was? No! Ich brauche eine andere Taktik. Ich sehe einen Offizier! Improvisierte Sprengsätze! Oh. sind sie okay? sind sie okay? ja klar ich liege auf dem Boden rum weil er wo keine Waffe hat hat die dümmste Fresse hier da guckt er nicht hoch, er kann immer da hoch springen, ja die Morde ja, laber nicht hier das klappt schon das ist sie ach, nett mich das ist zu warm, ja scheiß mich an, ja, leck mich auch her oh ich hab keinen Plan her ja, null idea beste Taktik, kein Plan weißt du, wenn sie die Fresse halten würde, der Dummschwärzer da unten ich möchte jetzt die Waffe treffen alles klar, wird es ne, ich versuche nur zu überleben, weil du bist ja keine Hilfe du Sack ich versuche so, oh naaach, das war aber das, das, ich wollte zielen äh, nix, nur äh, nix, 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 nix das müsste ihre Aufmerksamkeit erregen äh, nix, 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 nix du verlierst du noch einen Arm ja, toll kann ich auch nicht so viel, weil der schwere Waffen hat net die die der Das klappt schon. Ich fähre immer noch der Obizier, oder? Ja. Improvisierte Schweinsätze. Das müsste Ihre Aufmerksamkeit erregen. Immer noch nötig. Jo, Chewie, ich komm gleich. Mach den Falkenstart, klar. Wir müssen schnell hier weg. Ah, das ist die Chewie da oben. Was soll ich tun? Halt den Mund. Lauf, Kumpel. Ja, halt einmal die Schnauze. Ich halte Sie auf. Mach du den Falkenstart bereit. Was ist jetzt auch ne Bildqualität hier? Nicht anfassen. Ja, Bildflakker hier, oder was? Das klappt schon. fueron. Habi, ich hab dich nicht mit dem Halkenstart. Were Sie auf? Ja, war sie nicht mit dem Halkenstart. Hab ich nicht mit dem Halkenstart? Ja. Ja. Und jetzt geht's! Ich bin der Untertitel von Rundfunk. Alles klar für Zündung. Oh, Nero! Ach, leck mich am Arsch. Nee, nee. Da denkst du, du hast schon und da hast du doch nicht. Ach, leck mich doch her. Ich bin so langsam voll Schnauze von dem Spiel, ich sag's ja. Was soll ich tun? Was soll ich? Ja. Ich bin so langsam voll Schnauze von dem Spiel, ich sag's ja. Ich bin so langsam voll Schnauze von dem Spiel, ich sag's ja. Ich bin so langsam voll Schnauze von dem Spiel, ich sag's ja. Ich weiß nicht, wie ich's machen soll. Keine Ahnung. I have no idea. Null. Was, wenn er dann jetzt mich noch nerven würde, ist der mit seinem dummen Lager noch echt? Und von überall kommen sie her, weißt? Oh, das ist nicht gut. Ähm, da ist gar keine Chance. Komm her, ruft von, weißt, wenn sie von rechts, links, vorne, hinten kommen, von diagonal, vertikal, scheiß mich alle. Ich halte sie auf. Mach du den Falten startbereit. Das klappt schon. Hoffe ich. Und wo, ich... Keine Ahnung. Äh, ich bin zu blöd zu irgendwie. Was soll ich tun? Halt den Mund und lauf, Kumpel. Ich halte sie auf. Mach du den Falten startbereit. Du verlierst noch einen Arm. Hä? Da kommt sie von vorne, von hinten, von rechts, von links. Halt den Mund und lauf, wo ich ihn haben kann. Ich halte ihn, von hinten, von hinten, von hinten, von hinten, von hinten, von hinten... Er ist zu schnell! Ach, Mann. Ach, Mann. Doch, ne. Leck mich am Arsch. Oh, oh, oh. Schon haut's, äh. Der Controller noch dazu. Leck mich am Arsch. Ja, ich... Bei dem Spiel wäre ich sowas von aggro, ja. Das gibt's nicht. Das macht mich fertig. Mit seiner scheiße Lummerpistole, da wo kein Schwanz was taugt. Verstehst? Nee. Also selten beim Spiel so aggro geworden wie bei dem jetzt. Und mit dem Dummschwarzerloch daneben bei euch, wo die zutextet. Ein Rott mit seiner Plastikpistole. Ich habe nur eine Atroppe. Ich könnte nicht helfen. Was so ein Flachkumpel... Was soll ich tun? Halt den Mund und lauf, Kumpel! Ich halte sie auf. Mach nur den Falten startbereit. Ich habe nur eine Krise. Alle sind kurz. Das war'm. Ich habe nur einen Trapp. Geht, dann muss ich sie auf. Halt den Mund! Geht, dann muss ich sie auf. Hey, down. Hey, hey. Du bist du Momens. Ich hab auch diese Kumpel untertit. Ah, jetzt kommt... Ah, jetzt kommt... Improvisierte Schweinssätze. Ah, toll, die Breite. Was ist das Schmeiß denn? Ah, jetzt kommt... Achtung! Hast recht, Schurie. Heute ist nicht mein Glückstag. Reifach, Schurie! He, he! Vielleicht wird's heute auch nicht so schlimm. General Solo, hier springt einen Mercy um. Bereit zur Hilfe. Jetzt hab' mir weggemacht. Ich hab' mir weggemacht. Ich hab' mir weggemacht. Brecht' mir noch die Hand der Wegen. Es war so gut, weil kurz vor... Knapp die Schack... Ach, nee... Ich komm schon... Ich mag nicht mehr. Letzter Versuch. Was soll ich tun? Schnauze halten. Ach, mein Mund und Lauf, Kumpel! Ich halte sie auf. Mach nur den Falten startbereit. Ich hab' schon... Oh! Sie sind nicht beeinflusst. Oh, ich hab' mir das. Oh... Oh, ich hab' mir... Oh... Oh, ich hab' mir... wenn er wenigstens mehr von diesen abwerfen könnte dann braucht er ewig bis die nächste werfen kann da wärs noch ein bisschen einfacher aber naja er kann nur einschmeißen bis er die nächste rausgegraben hat aus seiner scheiß tasche oder was hei 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 und hallo halt den mund und lauf kumpel das müsste ihre aufmerksamkeit ja auch macht nur den falten startbereit uhu hier bin ich hier bin ich das kommt da schon einer ja leck mich noch ab leck mich wenn er es noch einmal sagt dann meinen ton ab ich schreller das spiel hier alles klar ich halte sie auf mach nur den falten startbereit es ist das über die die der die 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 Können die Schmuggeln, Soldaten da? Jo, er ist zu schnell, ja wunderbar. Kann ich auch nichts dafür. Oh, jetzt kommt er auch schon. Was soll ich noch alles machen? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich zeige euch mal, wie man das macht. Halt den Mund und lauf, Kumpel. Ich halte sie auf. Mach nur den Falten startbereit. Halt den Mund und lauf, Kumpel. Ich halte sie auf. Bis am Ende. Hey, ich mach das schon. Ich halte sie auf. Ah, 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 ah. Alles klar für Zündung. Wir haben weggegangen. Auf die Zündung. Lagen Sie fest. Ich hab kein Bein zu tun. Wir haben sie gefunden. Wir wünschen mir Glück. Kein Ziel. Nur meine Zündung. Wir haben sie hier. Kommt ihr auf ein Schattel. Ja, ich zieh. Du hast recht, Joey. Heute ist nicht mein Glückstag. Das klappt schon. Auf dich. Auf dich. Auf dich. Auf dich. Auf dich. Hey, hey. Vielleicht wird's. Nein. Was soll ich tun? Halt den Mund und lauf, Kumpel. Alles seine Frage ist. Ich halte sie auf. Mach du den Falten startbereit. Mach du den Falten startbereit. Mach du den Trinker. Was soll ich tun? Halt den Mund und lauf, Pummel! Das müsste Ihre Aufmerksamkeit erregen. Ich halte Sie auf. Mach du den Faltenstart bereit. Ich hab da ein ganz mieses Gefühl. Lass mich nur machen! Feinderfeuern! Auf den Schultern! Weg hier! Licht anfassen! Halt den Kriklappapas! Schiff, man. So kurz vorm Ding, ne, und dann es gelingt mir einfach nicht. Was soll ich tun? Halt den Mund und lauf, Kumpel! Ich heiße Sie auf, machst du den Falten startbereit? Dann werde ich noch bereuen. Trink verrengt, der trink verrengt, trink verrengt. Wo sind wir vor? Erwartete Befehle! Wer weiß noch Feuer? Äh, 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 äh... Egal, egal wie es macht, es haut nicht hin, ja. Wo rennst du denn hin? Achtung! Ist nichts Persönliches. Wo rei ich da hier hin? Sehen Sie die Ordnungssoldaten da? Das kappt schon. Das kappt schon. Hey, hinter dir! Drück hervor! Feuer! Der ist so schnell! Tag ist fest! Noch ein Shuttle! Achtung! Das ist nicht gut. Was soll ich tun? Halt den Mund und lauf, Kumpel! Ich halte Sie auf! Mach du den Falten startbereit! Ich esse zu Ende! Achtung! Nein, ich halte Sie auf! Ach! Kamen! Ich halte Sie auf. Boah! Ich halte Sie auf! Da stellt jetzt auch noch so scheiß MG da auf, wo der ins Kreuz schießt. Ach kack. Was soll ich tun? Halt den Mund und lauf, Kumpel. Ich halte sie auf. Fass du den Falken startbereit. Echt? Ich mach das schon. General Solo. Nein. Was soll ich tun? Halt den Mund und lauf, Kumpel. So verlierst du noch einen Arm. Ich halte sie auf. Mach du den Falken startbereit. Du dreckst den und schieß gefälligst. Das klappt schon. Hoffentlich funktioniert das. Das reicht, Chewie. Ein Objektier. Glück. Noch ein Schattel. Achtung. Das reicht, Chewie. Heute ist nicht mein Glückstag. Hey, vielleicht wird's heute doch nicht so schlimm. Was soll ich tun? Halt den Mund und lauf, Kumpel! Ich halte sie auf. Mach schon, ihr seid noch ein Startbereit. Ich regle das! Das müssen die Raufbecher, keine Rechte! Ich schau, wo springt er hin? Springt er durchs Ding durch, oder was? Ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht so schlimm. 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 Halt den Mund und lauf, Kumpel! Nicht anfassen! Ich halte sie auf! Mach du den Faltenstart bereit! Ich schaff's nicht so schlimm! Was soll ich denn weglaufen? Nein! 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 Was soll ich tun? Halt den Mund und lauf, Kumpel! Ich halte Sie auf! Mach nur den zweiten Start bereit! So, verliere ich einen Arm! Oh! 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 Ja, ich habe keinen Bock mehr! Ich habe keinen Bock mehr! Oh! Was soll ich tun? Komm mal, Scott, hier. He, ich dachte, ich hab noch lange auf, hier. Du, ich hab dich näher für die Tür. No. Ne. Du, ich hab dich näher für die Tür. Mann, 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 Mann. Ne, ne. Suche, Leute. Such mal. Also, die Kampagne kann ich am Arsch kotzen. So weit. So gut. Oder auch nicht so gut, ja? Ah, noch Rebellion, oder was? Ah, Y-Spiel. Ich bin mal Multiplayer. Äh, Angriff schwer. Officer. Kann ich oder gar nicht alles, ja? Habe ich kein Geld, oder was? Spezialisten? Äh, ja. So, ich hab noch mal die Zeitröger rausrücksen. Die. Eigentlich wird er gesperrt. So, dann machen wir mal den hier. Was haben wir da oben noch? Äh, X. Behigkeiten, aber jetzt sowieso keine. So, aussehen. Nein, Entschuldigung. Äh. Ah, Left. Left-Folge aussehen. Äh, Standardaussehen. Äh, Standardaussehen, ja. Äh, starten. Jo. Irgendwas? Nö. Fähigkeiten anzeigen. Offizier, jo. Fähigkeiten. Blendgranate, Kampfkommando, Blastkirche. Was ist da geschützt? Aha. Ja, und jetzt? Kann ich nicht, oder was? Starten, alles? Jo. Warum geht es jetzt nicht? Äh, Pause. Weiterspielen. Gehts auch nicht, oder was? Bibi, ich komm nicht mehr zurück. Achso. Benötige Spieler zwölf. Ja, schön. Ja, wie soll ich Karten freischalten, wenn ich keine hab? Jo, keine. Null von drei. Ah, es fehlt noch neun. Neun fehlen noch. Neun fehlen noch. Äh, im Bild wär da keiner mit bespielen hier. Haben wir ja gerne, ne? Acht. Es fehlen noch elf. Und die kann ich halt alle nicht hier, alle nicht spielen hier. Schade eigentlich. Nicht genügend Punkte. Nicht genügend Punkte. Brauchen wir halt eigentlich Punkte gehören, ja. Schwie. Schwie. Was kommt denn der? Äh. Schwie. 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 Immer noch acht. Ah, ne! Ne, da findet doch keiner. Bei dem anderen Modus war es, glaube ich, letztesmal einfacher. Ich probiere nochmal Vorherrschaft, aber diesmal Zeitalter der Republik. Ich wollte mal wissen, wie viele Punkte habe ich denn? Da heißt 67.280 und 15 was? 15 was? Geonussis, westliche Pipeline-Kreuzung. Der Hinterkopf. Mhm, mhm, mhm. Oh, der Specklisten. Polkstrecker. Rosk ist hier! Vorsicht! Gebiet rollen! Ich gehe voran! Ich folge euch mal. Ich schief doch einmal auf! WAIN! 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 Das ging aber fixieren. Wir haben jetzt Meister Yoda in unseren Reihen. Oh, wir haben Meister Yoda in unseren Reihen. Ja, da kommt eine kleine wacke Sache. Thermal Fernglas. Ja sauberle, ja auberle. Wir nehmen das Schiff auseinander. Weiter so. Ich glaube, wir nehmen gar nichts auseinander. So wie ich das sehe. Ich schieße auf alles, was ich bewege. Ich glaube, mit dem Controller ist das gar nichts auseinander. Oh, wir haben gewonnen. Jo, ich hab gewonnen. 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 Hauptsache gewonnen, oder? Braucht ja nichts machen. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Wie viele Punkte hier? Oh. Bonus 3x EP. sucht nach vorherrschaft dann such mal also nachdem jetzt dann ist ja mit bell fiel erst mal ad acta deswegen hat sohle hat mich genug nerven gekostet was er für ein gerät hat er machte normale aussehen nein ich möchte das machen aussehen schnee trubbler ohja schnee trubbler so start in 3 32 31 3 29 leibächer ditte meister hat nicht deine gesundheitsschüler sein beginn früher als immer dieser sternenkreuzer wird den widerstand hier auf dem udana nicht rennen sein ende wird unseren ruhmreichen sieg krönen er ist jetzt unser primärziel an die arbeit die Demo sei wohl wieder gar geplant, ja. Wir erhalten die Stärkung. Ich schiehe vorhin. Huch. Ich hätte vielleicht mal gucken, was er für Fähigkeiten hat. Ich habe mal einen Phonecamper-Scan-Pfile. Der Fähigkeiten. Der Fählminister. Der Fähigkeiten. Ich vermisse den Fähigkeiten. Sauberli, Sauberli. Der letzte Hörstel. Das in Chaikainpro Также ON sich Befestigt das Einsatzspiel! Neuer Verbündetar ist eingetroffen und gedreht Position. Gruppen des Widerstandes gewinnen in diesem Sektor rasch die Oberhand東西. Wir müssen sie zurückschlagen. Oh, ich glaub ich bin in der Gegend rumgeflogen. Ja, ja. Ja, ich bin der Beste. Oh, ich bin der Beste. Oh, ich bin der Beste. Haben wir da schonmal wieder... wenigstens eingetroffen hier. Da oben. Wenigstens hab ich eingekillt. Ich weiß gar nicht, wer da Freunde oder Feinde ist. Ja. Oh. Diese Schlacht läuft nicht gut. Wir müssen wieder die Initiative übernehmen. What? Wo kam denn der her? Ja. 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 Wir haben die Kanate! Gah, das ist mir? Ich weiß nicht. Ich schieße halt einfach mal her. Ich schieße einfach mal. Ich weiß nicht wer da. Die meisten sind meine, das weiß ich, aber mehr weiß ich auch nicht. Wer ist wer, ne? Der Widerstand erobert Kommandoposten. Oh, wir gehen mal da hoch. Wir haben zu viel Boden an den Widerstand verloren. Jetzt kontrollieren Sie fast alle Kommandoposten. Wir müssen zurückschlagen. Ja, mach kein Stress. Nur kein Stress hier. Ich schieße. Fuck. Wo für Luke hin? Wird diese Schlacht ein Desaster? Gegenangriff! Sichert diese Positionen! Jo, mach jo! Wenn da kommt, Snack ist ab. Ganz easy. Aber da kommt keiner. Hehehe! Oh, schön am Strand! Am Strand... Au, am Strand ist immer schön! Um... Weißen Strand! Oh... 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 Ah... I'm a red one, ja! Ein Spezialagent ist eingepoppt! Ein Spezialagent ist eingepoppt! Kommando Fosten Crash, gerät! I'm Special Agent, ja! I'm Special Agent, ja! Der Widerstand eroberts Kommando Fosten Crash! Oh, boh! Transport des Widerstandes im Landeanflug! Tja, lecker komische Waffen, ja! Kommando Fosten Crash, gerät! Transport des Widerstandes sind gelandet und bereit für die Truppenverladung! Wir müssten etwas unternehmen! An Bord gehen, ja! Aua, aua, wie geh ich ja mit... Oh, oh, wat! Oh, oh! Die Transport des Widerstandes haben mit der Truppenverladung begonnen! An Bord gehen, wie soll ich an Bord gehen? Du... Oh, du Leiche! Jetzt kann ich wieder nicht... Ach, Mann! Jetzt kann ich wieder nicht hier! Ach, Mann! Böse Welt, ja! Böse Welt, ja! Oh, Mann! Oh, Mann! Böse Welt, ja! Böse Welt, ja! Alle Transporter des Widerstandes sind startbereit! Wir müssen unser Schiff vor Ihnen erreichen und unsere Verteidigung stärken! Der Widerstand will unser Schiff entern! Ein kühner Plan, doch er führt ins Verderben! Oh, Mann! Ich kann nur noch da ab, denn... Wir werden sie von dieser Idee abbringen. Haltet beide Speicherkerne. Wir setzen uns weg. Huch, wo kommt sie denn da rum her? Wir verlieren Kern Aurek. Ich hab's nicht eigentlich. Wo die alle da rum fuhlen? Laufen in die Richtung, laufen in die Richtung oder ich? Weil da einer ja noch klein hier. Der erste Mal, dass du hier auf dem Boden legst, bin ich mit dir. Why not? Fie immer, oder? Weiter Kern Aurek ist verloren. Wir konzentrieren uns auf die Verteidigung des Hyperantiefgeneratorn. Diese Schildpunkte müssen wir beide halten. Wenn wir einen davon verlieren, wird der Generator... Zurückziehen, Junge. Bewegt euch. Gleise. Ich wach mal! Bricht doch die Panik aus, ja? Pichig so unbelievable. Ah! Ah! Ah, dieheh do ja. Nimm mal den schweren Horst. Ich hab mir gar nichts gemacht. Ich hab mir gar nichts gemacht. Yo, I cry. Der Hyperantrieb Generator erleidet kritischen Schaden. Feindliche Truppen haben den Generator zerstört. Schiff verloren. Alle Einheiten bereit machen für Evakuierung. Feierabend, mehr oder weniger. Wer hat Feierabend? Du! Du hast Feierabend, Jake. Oder wie darf ich... Du! Dann genieß den Feierabend. Genieß es, ich gönn's dir. Ich bin kaputt. Kodimä. Premiswurf. Fernwurf. Kräftiger Schub, Kjolinger, Baba. Fähigkeit, wer braucht heute Fähigkeit? Alter, ich mach jetzt Helden und Schurken. Alter, Schurken. 30 Sekunden, ach nee. Warte, wo wird schneller? Außenposten-Delta. Jetzt hab ich schon mal gespielt, aber da bricht ja gleichzeitig die Panik aus, ne? Wo sind alle meine Freunde? Oh Mensch. I'm coming, I'm coming. What? Die Jedi sind korrupt. Die Jedi sind korrupt. Da bricht halt Panik aus, ne? Au, er schaue ja. Die Jedi sind korrupt. Keinein, wirklich. Keinein. Eine Kote-Mähne. So treffen wir uns wieder, Kau. Du macht bitte schon platt. Du Sack. So treffen wir uns wieder. Du kleine Misch-Morli-Luke, ja. Oh, einer von mir. What? What? Was ist so einhorch? Ich weiß nicht, wer Freund und Feind ist. Ich bin einhorch. Ich bin einhorch. Ich bin einhorch. Ein Lidl Pschuss Der hat schon halb gewonnen, hurra! Weißt du, was ich bin? Komm her, du! Seine Spezialität ist eine Nachhilfestunde in der Anwendung der Macht von dem legendären Großmeister Ja, Großmeister, guck mich auch her Oh mein Herz Ende des Spieß, ja Sucht nach Helden, boah, so Schurkies. Wir reisen. Reise, Reise. Oh, ne. Na. Du, 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 du. Oh, einen kleinen Nehmen, einen kleinen Nehmen. Fehlen noch, fehlen noch zwei Spielerchen. Mit dem habe ich ja schon mal gespielt, ne. Ja, wer macht entfesselt. Wir entfesseln die Macht. Einer fehlt noch. Oh, einer. Oh, einer. Die Runde spiel jetzt noch. Oh, da war auch feiner wehgebracht hier, wo ich da drauf gehauen hab. Scheiße. Aber dann spiel ich nicht mehr. Das vom Han Solo hat mir zu viel Nerven gekostet. Jo, mach jetzt hin, ja. I'm waiting. Weil dann muss ich mir auch wieder neues trinken holen. Für die Runde langt's noch. Jo, den Controller muss ich auch noch mal melden, ne. Hallo? Einer brauchen wir noch. Das war nett, ne. Ja. Tja, Joda. Aus. Das Spiel startet. Wunderful. Es fehlt wieder einer. Ach, nie. Tja. Da guckt er. Da drehen seine Augen klein. Das war jetzt aber hier zu blöd hier als Sorge. Ach, schweiß mich doch an. Das war jetzt blöd. Spock. Schlau zu voll. Ah, mach ich noch ein Schnellspiel. Ich suche noch für die Wingsspiel. Drittgalaktion Angriff auf Rot bei. Ah, ich höre der Außenposten-Delta. Ach, nein. Ah, boah. Oh je, was bin ich jetzt wieder für eine Mischtmarte? Ah, hab ich auch wieder nur das hier. Mensch, ich bin kein Mensch. Ah, ist kein Mensch, äh, ist ein Tier. Ist ein Panzergrenadier. Ich brauche aber wieder Spiele. 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 Äh. Spiele. Buh. Buh. Du. 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 Fähigkeiten. Kontaktkanade. Wachgeschütz. Ah, ah. und kampfschild fehlen immer sechs jetzt noch sieben Irgendwann 6, da ging es doch 7. Wo keiner? 6? Ne. 7. Ah ne. Lassen wir es für heute. Lassen wir es. Jo. Puh, da hat sie voll. Der Star Wars. Der Jedi! Hallo? Pin. Ich kämpere. Spielball. Spielball. Lagerräumung. Räumt die Lager. Naja. Äh. Full de Babschick im Mund, ja. Jetzt hoffe ich halt, dass es auch irgendwann mal beendet, ne. Warte mal, aufs Christkind. Ich hab da so ne leichte Befürchtung, dass er jetzt wieder... Nisch will. Wieso beendet er jetzt die App nicht? Ha! Ha! Mission 9, Lagerräumung. Nö. Warte mal. Ja? Aan. Hallo? Ja, morgen. Ja, dort. Ja. 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 was ist es? ein bisschen warte warte äh genau wo ist mal? also ich habe gar keine maus das machen wir mal raus so wo ist mein controller? der stecker vom konto äh von der maus 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 mach die schnackig wir spinnen die maus hier kommt die maus äh hat es beendet? ne verlassen äh 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 äh